Die Zehn Gebote unseres Herrn in einer Kurzverslung Keine anderen Götter habt neben mir, vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Gib Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiel nicht, was dem anderen seien. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn eigen sollst du meiden. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Juggler 66. Stunde der Wahrheit. Das ist die erste Lesung heute des Buches Wieder das Papsttum zrum vom Teufel gestiftet. Geschrieben von Martin Luther. 1545, ein Jahr vor seinem Tod. 1546 und 1545, das Jahr, das uns bekannt ist, als das Jahr, in dem das Konzil zu Trient, das anti-reformatorische Konzil von Trient begann, das geleitet und die ganze Zeit begleitet und im Grunde auch die ganze Zeit gesteuert wurde, von den ein paar Jahre zuvor gegründeten Jesuiten, dem Orden oder der Kompanie Jesus, dem Orden der Jesuiten. Die Gesellschaft Jesu, wie sie sich offiziell nennt. 1542, zwei Jahre nach ihrer Ordenierung durch Papst Paul III., haben die Jesuiten die Inquisition von den Dominikanern übernommen und 1545 haben sie das Konzil zu Trient errichtet. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, dass Martin Luther 1546 kurz nach der Eröffnung des Konzils verstorben ist, wo man natürlich keine Informationen drüber hat, warum er in dem jungen Alter von 63 Jahren bereits gestorben war. Nun gibt es einige Leute, die werden sagen von, ja, der Jörg, der liest jetzt Martin Luther, der Jörg ist ein Lutheraner, aber Luther war falsch, weil Luther hat dies und dies und dies verkehrt gemacht. Und guckt euch zum Beispiel mal seine Schriften gegen die Juden an, also das zum Beispiel gegen die Juden, auch einzelne Spätenwerke in seinem Leben, das habe ich noch nie gelesen. Das werde ich vielleicht irgendwann mal tun, wenn ich die Möglichkeit bekomme, vielleicht schickt mir das mal jemand zu oder was, ob ich mir das selber kaufe, weiß ich gar nicht. Ich finde, dass da viele Dinge auch oftmals reingedichtet sein können, dass das Schreiben sind, gerade solches, dass das Schreiben sind, wo wir uns gar nicht sicher sein können, inwieweit das Martin Luther das geschrieben hat. Und im Großen und Ganzen, wenn ich mir die ganzen Reformatoren angucke, die man nach Luther kennt, also die zur Zeit Luthers und die Zeit danach, dann scheint Martin Luther mir der noch am aufrechtesten Gewesene zu sein. Aber ich bin nicht hier, um darüber zu urteilen. Ich kann alleine mal urteilen über die Dinge, oder ich kann die Dinge beurteilen, nicht urteilen, aber ich kann die Dinge beurteilen, die er geleistet hat. Und ihr könnt über Martin Luther sagen, was ihr wollt, niemand kann abstreiten, dass er derjenige ist, der dafür gesorgt hat, dass die Bibel, übersetzt in die Sprache des normalen Menschen, zu Anfang des 16. Jahrhunderts halb Europa unter dem Joch des Antichristen von Rom befreit hat. Und wie ich schon in dem Video sagte, die wichtige Ankündigung, wo ich das im Grunde eingeleitet habe, dass ich diese Lesung hier machen möchte, wie ich das da schon gesagt hatte, ist es also tatsächlich so, dass für die Leute, wie in der Bibel steht, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und über Martin Luther muss ich halt sagen, er hat die Bibel übersetzt und das ist ein absolutes Meisterwerk, dass er das geschafft hat, trotzdem, dass er exkommuniziert wurde, dass er verfolgt wurde von Rom, hat er das doch bewerkstelligt und hat uns damit das Wort Gottes gegeben. Und auch seine anderen Werke, die er alle gemacht hat, sind soweit ganz in Ordnung. Ich weiß nicht, ob er, dazu muss ich mich dann noch tiefer einarbeiten, vor allen Dingen in die babylonische Gefangenschaft der Kirche, das ist ein Dokument, das würde ich unheimlich gerne mal lesen, aber das ist in Englisch so viel intensiver als in Deutsch, was ich als PDF habe, weiß ich nicht, ob ich das jemals machen werde. Ich weiß nicht, wie er dazu stand zur Kindertaufe. Also einige Leute meinten, von Martin Luther hätte die Kindertaufe noch propagiert. Das ist eine Sache, mit der ich mich natürlich nicht einverstanden erkläre. Taufe ist, das meine ich auch im Luthers Verständnis, die Taufe ist ein Ausdruck dessen, dass man wiedergeboren ist, dass man Jesus Christus als seinen Erretter akzeptiert hat. Und dazu muss man natürlich ein normaler, vollwassender, denkender, selbstständig denkender Mensch sein. Und kann das im Grunde nur machen, wenn man von Gott aus erwählt wurde. Diese Taufe ist nur ein äußeres Zeichen unserer Errettung, oder unserer, wie sagt man das, das ist nur ein äußeres Zeichen unserer Rechtfertigung. Und viele Leute meinen eben, oder haben das falsche Verständnis, was ja auch von der römisch-katholischen Kirche so rübergebracht wird, dass man durch die Taufe errettet wird. Nein, nein. Die Rechtfertigung, die Zurichtung, wie man das auch nennen kann, die kommt durch den Glauben anzunehmen. Und die Taufe ist dann nur ein äußeres Zeichen dazu. Eine Bestätigung dessen. Und natürlich ist Kindertaufe absolut unbiblisch und falsch. Ob Luther das jetzt vertreten hat oder nicht, wie gesagt, in diesem Augenblick weiß ich es nicht. Ist mir auch wurscht. Da stimme ich dann auf jeden Fall nicht mit ihm überein, sollte er das getan haben. Nur was ich bis jetzt von Luther gelesen habe, findet ihr ja auch in dieser Abspielliste zurück. Das Schreiben von 1520. Das den Titel hat an den christlichen Adel deutscher Nation für das christlichen Stand ist Besserung, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja, so heißt das. Habe ich ja auch in zweimal gelesen. Das war ja auch ein Schreiben von Martin Luther. Aber eins seiner frühen Werke, 1520. Und das hier ist jetzt von 1545. Also ich will jetzt auch gar nicht zu weit darauf abweichen. Wer sich das anhört, der weiß wie. Und wie ich bereits angekündigt habe, es ist geschrieben im 16. Jahrhundert altdeutsch. Nicht in der Schrift glücklicherweise. Also ich kann es normal in normaler, moderner, arabischer Schrift lesen. Aber es ist halt in diesem 16. Jahrhundert deutsch verfasst. Und ich werde nicht überall die Erklärung geben, von was das jetzt genau heißt. Müsst ihr halt zuhören. Und es aus dem Zusammenhang verstehen. Außerdem habe ich auch die ISBN-Nummer in die Beschreibungsbox des Videos, das ich am 19. September hochgeladen hatte, wichtige Ankündigung reinvermerkt. Auch in diesem Video wird die ISBN-Nummer des Buches vermeldet, so dass ihr euch das selbst bestellen könnt. Das kostet ein paar Euro. Das sollte man schon für solche Dinge übrig haben. Und dann könnt ihr selbst mitlesen. Und manche Dinge sind ja eben auch leichter dann. Zum Ende dieses Videos, die letzten paar Minuten, werde ich die Seiten, die gelesen wurden, als PDF kurz einblenden. Dann könnt ihr das sehen. Und dann seht ihr ja, warum das so, vielleicht komisch kann man sagen, fast klingt. Auf jeden Fall möchte ich jetzt ohne weitere Verzögerung anfangen, das Buch zu lesen. Martin Luther, wieder das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet. Der allerhelleste Vater, Sankt Paulus Terzius, als wäre er ein Bischof der römischen Kirchen, hat zwei Breve an Carolum Quintum, unseren Herrn Kaiser, geschrieben, darinnen er sich fast zornig stellet, murrt und rühmet seiner Vorfahren Exempel nach. Es gebühre nicht einem Kaiser, noch jemand ein Konzilium anzusetzen, auch nicht ein National, sondern allein dem Papst, der allein dem Papst, der allein Macht habe, zu setzen, ordinieren, schaffen, alles, was in der Kirche zu gläuben und zu leben ist. Hat auch eine Bulla, mit Urlaub zu reden, auslassen gehen, nur fast zum fünften Mal, und soll nun abermal zu trennt das Konzilium werden, doch so fern, dass niemand dahin komme, um alleine seine Grundsuppe, Epikura und was ihm leidlich ist. Hierauf ist mich Lust ankommen zu antworten, mit Gottes Gnad und Hilfe. Amen. Das war die kurze Einleitung von Martin Luther. Und nochmal eben, zwei Dinge, die ich vergessen habe zu erwähnen, die aber wichtig sind zum Verständnis, wenn ihr dieser Buchlesung folgen möchtet. Wie gesagt, Luther schreibt hier in einem 16. Jahrhundert Deutsch, und ich versuche auch, das mit der Aussprache einigermaßen hinzukriegen. Wir kriegen zum Beispiel im nächsten Absatz das Wort gräulich, das schreibt sich aber G-R-E-W-L-I-C-H-E, also gräulich. Ich werde aber gräulich aussprechen, sonst ist das vielleicht total unverständlich. Also ich probiere schon, die Aussprache einigermaßen verständlich zu machen, aber werde hier und da doch die originalen Worte gebrauchen, wie Luther sie auch gebraucht. Das erscheint mir sehr wichtig. Zweitens gebrauche ich bei Bibelzitaten die Bibel von Luther selbst, 1545er Ausgabe, die ich hier als PDF auf dem Computer habe, und wenn ich Bibelzitate nenne, dann suche ich die da aus der Bibel raus. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ich hatte ja in dem Einleitungsvideo bereits gesagt, dass ich das eigentlich gefunden hatte, weil Brett mir die englische Version geschickt hat. In der englischen Version hiervon gibt es unglaublich viele Fußnoten, die viele Begriffe, die in diesem Schreiben von Martin Luther, in diesem Buch erwähnt werden, erklären. Zum Beispiel der Ausdruck Franzosen, wo wir es später mal treffen, wo dann eine bestimmte Krankheit mit gemeint ist. Das ist im Englischen beschrieben, in einer Fußnote schreiben, die wirklich rein, was er mit diesem Ausdruck tatsächlich meint. Und diese ganzen Erklärungen sind nicht in dem deutschen Buch damit bei. Also nach dieser kurzen Einleitung, die Martin Luther hier geschrieben hat, fahre ich jetzt fort, aber möchte euch eben darauf hinweisen, dass A, ich versuche das mit der Aussprache so gut wie möglich hinzukriegen, dass es originalgetreu an das ist, was Luther damals schrieb, aber auf der anderen Seite trotzdem verständlich ist. Deswegen zeige ich ja auch am Ende des Videos die Seiten, die ich gelesen habe. So könnt ihr die Worte selbst nachlesen, wenn ihr das darin findet, oder ihr könnt euch das eigene Buch anschaffen. Deswegen ist es wichtig, damit zu folgen. Aber ich habe natürlich auch meine Schwierigkeiten, dieses Altdeutsch zu lesen und vernünftig zu betonen. Also bitte habt ihr Verständnis, dass ihr mich auch jetzt ein bisschen einlesen muss. Dann fahren wir jetzt fort. Erstlich, sagt Martin Luther hier, bitte ich dich um Gottes Willen, wer du bist, ein Christ, ja auch, wer du noch natürliche Vernunft hast, sag mir doch, ob du es verstehen oder begreifen mögest, was das alles für ein Konzilium sei, oder ob es ein Konzilium sein könne, wo der gräuliche Gräuel zu Rom, der sich Papst nennet, solchen Vorbehalt, Macht und Recht hat, alles, was im Konzilium beschlossen wird, zu reißen, zu ändern oder zu nichtigen, wie seiner Dekret viel und fast alle brüllen. Dünkt dich nicht, mein lieber Bruder in Christu, oder mein Lieber, nach natürlicher Vernunft, Freund, das solch Konzilium müsse nichts denn ein Gaukelspiel sein, den Papst in der Fastnacht zu kurzweil zubereit? Denn was ist's Not, solch groß Unkost und Mühe aufs Konzilium zu wenden, wenn zuvorhin der Papst beschlossen hat, was im Konzilium gemacht oder getan wird? Das solle ihm unterworfen und nichts sein. Ich muss hier nochmal eine kurze Bemerkung jetzt eben einwerfen, dass ihr das bitte gut versteht. Wenn ihr euch die Lesung anhört von 1520, das in derselben Abspielliste, von dem das Schreiben an den christlichen Adel deutscher Nation des christlichen Standes Besserung, dann versteht ihr, da geht es in dem ersten Teil über diese Konzilien, wo der Papst also meint, das sage ich jetzt aus dem Gedächtnis heraus, wie ich mir das noch erinnere, dass überhaupt nur der Papst das Recht hätte, ein Konzil anzusetzen für die Kirche und sonst überhaupt keiner und dass er sogar diese Konzilien, dass er die Leute, die daran teilnehmen, vorher mit Eiden verpflichtet, dem zuzustimmen, was die Kirche davor stimmt und alles drum und dran. Vorschläge, alles drum und dran. Deswegen fängt Luther hier wieder an, über die Konzilien im Grunde zu sprechen, weil die Konzilien dieser Kirche sind ja niemals frei und die normalen Menschen, die normalen Gläubigen konnten niemals ein Konzilium einberufen. Da hat sich die Kirche immer gegen gewehrt und deswegen wird Luther hier eine ganze Zeit lang über diese Konzilien erstmal sich beschäftigen und darüber sprechen. Das wollte ich euch nur eben noch mal in Erinnerung rufen. Das ist ja nicht etwas, was jeder gleich versteht hier. Es gefalle ihm denn recht wohl und will Gewalt haben, alles zu verdammen, so fährt Luther hier fort. Solche Unkost zu vermeiden, wäre es ja besser, also zu sagen, allerhellester Vater, weil es gleich viel ist, was vor oder im oder nach dem Konzilio beschlossen ist oder wird, so wollen wir ebenso mehr und alle Konzilier eurer Helligkeit glauben und anbeten. Sagt uns nur zuvor, was wir tun sollen. Domine Quid Das ist aus Markus 10 Vers 17 genommen und heißt dann in der Lutherbibel Und da er hinausgegangen war auf den Weg, lief einer vorne, kniete vor ihn und fragte ihn, Guter Meister, was soll ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Nach dem Motto, wir müssen den Papst fragen, was müssen wir tun, um das ewige Leben zu ererben? So wollen wir von eurer Helligkeit singen den fröhlichen Gesang Virgo ante partum in partu post partum auf, dass ihr seid die reine Jungfrau Maria, die nichts gesündigt hat, noch hinfort sündigen kann. Wo nicht, so sagt uns doch um Gottes Willen, wozu die Konzilian Not oder Nütze sein, da euer Helligkeit so große Macht überhat, dass sie nichts sollen sein, wo es euer Helligkeit nicht gefällt. Oder beweise doch uns armen untertänigen Bonn-Christian, woher euer Helligkeit solche Gewalt hat. Wo sind Siegel und Briefe, die euch solchs geben von euren Oberherren? Wo ist Geschrift, die uns solchs zwinge, zu gläuben? Will euer Helligkeit dieselbigen uns nicht zeigen? Wohlan, so wollen wir sie selbst fleißiglich suchen und mit Gottes Höf gewisslich finden, gar in Kurze ernach. Indes sehen und hören wir, wie der Papst so ein meisterlicher Gäukeler ist. Denn gleich wie ein Gäukeler den albernen Leuten ins Maul güldend gaukelt, aber wenn sie es auftun, so haben sie Pferdsdreck drinnen. So tut auch dieser schändliche Lecker Paulus Terzius schreibt nur schier zum fünften Mal aus ein Konzilium, das, wer die Wort höret, muss denken, es sei sein Ernst. Aber ehe wir uns umsehen, so hat er uns Pferdsdreck ins Maul gegäukelt. Denn er will ein solch Konzilium geben, darüber er möge seine Macht üben und mit Füßen treten alles, was darin gesetzt wird. Für solch Konzilium dank ihm der leidige Teufel und komm auch nicht hinein, denn der leidige Teufel dazu seiner Mutter, seine Schwester und seine Hurenkinder, Papst, Kardinell oder was mehr der hellischen Grundsuppen zu Rom ist. Und noch eine kurze Erklärung von mir, wenn wir sprechen über Paulus Terzius, dann meint Luther hiermit natürlich Paul den Dritten, Antichrist-Papst Paul den Dritten, der 1540 die Jesuiten ordiniert hat. Und wenn er sprach über Carolum Quintum, das hatte ich am Anfang gesagt, das ist Kaiser Karl der Fünfte, wo Luther ja damals auch in Worms antreten musste vor dem Kaiser, um seine Werke zu widerrufen, was er ja nicht tat. Fahren wir fort. Es geht nun in das 24. Jahr, dass zu Worms der Erstreikstag unter diesem Kaiser Carolum gehalten ward. Da selbst ich auch persönlich für den Kaiser und ganzem Reich stummt. In demselben Reichstag ward von allen Ständen des Reichs begehrt, dass etliche große, unleidliche Beschwerung, welche dazu mal genennet und Herrn hernach zu Nürnberg auf dem Reichstage den Papst Hadriano angezeigt und in den Druck gebracht wurden, der auch noch fürhanden, vom Papst und Geistlichen abgetan würden. Oder sie wollten sie selbst abtun. Daneben ward begehrt Kai's Mai wolle bei dem Papst arbeiten, um ein gemeinfrei christlich Konzilium in deutschen Landen anzusetzen und zu halten oder ein Nationalkonzilium machen, welches der liebe Kaiser bisher mit viel Fleiß getan, aber bei den Bäbsten nichts mögen erhalten. Daher diese 24 Jahre im Geschrei geblieben sind diese drei Worte frei christlich Konzilium in deutschen Landen. Diese drei Worte frei, christlich, deutsch sind dem Papst und römischen Hofe nichts, dann eitel Gift, Tod, Teufel und die Helle. Er kann sie nicht leiden, weder sehen noch hören. Da wird kein anders draus, das ist gewiss. Er ließe sich Ehe zureißen und würde Ehe türkisch oder teuflisch oder wer ihm sonst helfen könnte. Das ist dies die Ursache. Anno 1415 Jahr ist in deutschen Landen ein Konzilium zu Kostnitz, das war Konstanz, gehalten. Darinnen Johannes Hus und Hieronymus gemartert sind und wurden drei Bäbste abgesetzt und der viert Martinus der fünfte erwählet. Aber das ärgerste und gräulichst dafür den Papst so scheußlich gräuet, war dies Stück da beschlossen und gesetzt, dass ein Konzilium über den Papst sei und nicht der Papst über das Konzilium. Und Konzilium hätte Macht, den Papst zu richten, urteilen, straffen, setzen und absetzen, nicht wiederum der Papst das Konzilium zu richten, urteilen oder ändern. Aha, an Usch das Stüttlein schmerzt sie, der Steff stickt tief in ihre Herzen, der Stein will ihnen das Herz abdrücken. Da haben sie sich einmal gebrannt. Sie kommen nicht wieder, sie ließen ehe die ganze Welt in Blut baden und ersaufen, wie dann der Papst Eugenius tat und richtet einen großen Mord und Blutvergießen an bei Straßburg durch den Delfin aus Frankreich auf, dass er das Konzilium zu Basel zurisse, welches nach das Konzil zu Kostnitz, also Konstanz, Exempel und Ordnung angefangen und schon einen Papst erwählet hatte. Armedeum der Herzogen zu Soffoie, Felix der Fünfte genannt, aber sollte Friede werden und musste derselbe Papst abtreten und das Konzilium fallen, denn sie können und wollen des Spiels, wo sie zu Konstanz erlitten, nicht mehr gewahrten. Nur hatte das Konzilium zu Konstanz, welches unheilig genug gewesen ist, doch zu seinen Fürnehmen große und unmeidliche Not und dringende Ursachen solch zu setzen und zu schließen, dass ein Konzilium müsste über den Papst sein und nicht der Papst über das Konzilium. Denn es waren drei Päbste und keiner dem anderen weichen wollte und geschah groß Unordnung und ward ein Wüstwesen in der ganzen römischen Kirchen, da ein Papst den anderen verbannet, einer dem anderen die Stift und Pfründen nahm, denn ein jeglicher wollte der einige Papst über alles alleine sein, daraus konnte er nichts Guts folgen. Solcher Wust wehrt bis in 39 Jahren, dass alle Welt schrei und bat um ein Konzilium dadurch wiederum ein einiger Papst würde. Dann man hielt's dafür zu der Zeit, die Christenheit könnte ohne einen Papst nicht sein. Da täten zusammen die fünf Nationen Deutschland, Weltschland, Frankreich, England, Spanien und hoffen, dass zu Konstanz ein Konzilium ward, welches Kaiser Sigmund mit großer Mühe zusammen brachte. Sollte nun das Konzilium die Päpste absetzen, mussten sie zuvor eins werden und schließen, dass ein Konzilium über den Papst wäre und ihn abzusetzen Macht und Recht hätte, weil sich im päpstlichen Recht nicht leidet, dass ein Untermann den Obermann sollt absetzen. Darum zwang sie die große Not, weil man musste zum wenigsten zwei Päpste absetzen, wo der dritte Jahr bleiben sollte, dass sie zuvor mussten schließen. Sie hatten Gewalt und Recht, die Päpste abzusetzen. Also ist dazu mal beschlossen, dass der Papst sei unter dem Konzilium und nicht über das Konzilium, unangesehen, dass der Papst so viel hundert Jahr zuvor sich heiser und schier zu Tod gebrüllet und geschrien hat durch alle Dekreten und Dekretalen. Er sei über alle Konzilia, über alle Welt, auch über die Engel im Himmel, ihm sei Gottes Stadthalter auf Erden und ein irdischer Gott und der Gräuel unzählig mehr, die schrecklich sind, einem christlichen Herzen und Ohren zu hören. Hierauf geschah's, daß der eine Papst, Gregorius genannt, williglich abtrat und sein Papstum dem Konzilio übergab. Doch der Hoffnung, das Konzilium würde seine willige Demut ansehen und wieder zum Papst erwählen, da das nicht geschah, starb er für Reue und Leide. Der andere Papst, Johannes genannt, ließ sich auch bereden, überaus schwerlich, daß er gen Kostnitz kam ins Konzilium, eben derselbigen und viel größer Hoffnung. Er würde allein Papst bleiben, weil er zu Rom im Stuhl gesessen war. Der dritte, Benediktus, blieb halsstarch in seinem Sinn und ward rechtlich und mit Gewalt nach des Konziligesetz und Statut abgesetzt. Das ist das gräuliche Stücke, welches die Bäbste bisher so heftiglich verdreust, und nicht mehr wollen noch können in Deutschland bei den Bestien ein Konzilium leiden. Sie sorgen, es möchte das Exempel des Kosnitzer Konzili wieder sie gebraucht werden und möchte vielleicht Paulus Terzius zu Trident als ein Papst einreiten, aber wiederum als ein armer Tropf ausreiten. Darum ist ihn daran gelegen und haben sich bedacht. Sie wollen zu Rom bleiben und Konzilia und über Konzilia und sollte die Welt untergehen. Also mal eine kurze Zusammenfassung, um was wir hier jetzt alles gesprochen haben. Es geht immer darum, dass der Papst eben von sich meint, dass nur er Konzilia einberufen kann, niemand anders kann das und dass ein Konzil niemals die Macht hat, einen Papst abzusetzen, aber der Papst die Macht hat, die Konzilien abzusetzen und dass ein Untertan nicht Macht über einen Oberen ausüben könne. Das hatten wir ja auch gerade eben hier gelesen. Auch ganz wichtig eigentlich. Wie ich hier in dem Einsatz vorgelesen hatte, sollte nur das Konzilium die Päpste absetzen, mussten sie zuvor eins werden und schließen, dass ein Konzilium über den Papst wäre und ihn abzusetzen Macht und Recht hätte. Weil sich im päpstlichen Recht, also das römisch-kanonische Recht, nicht leidet, dass ein Untermann den Obermann sollt absetzen. Macht kommt immer nur von oben, sicher in der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche. Das nur mal zur Erklärung da rein, dass es hier im Grunde ein innerlicher Kirchenstreit ist, den Luther uns hier erklärt, dass es darüber geht, welche Macht haben eigentlich diese Konzilien. Wenn ein Konzil einberufen wird, hat dann das Konzilium Macht über den Papst oder hat im Grunde der Papst die ganze Macht immer über das Konzil. Wenn der Papst immer die Macht über das Konzil hat, dann können die Konzilien ja beschließen, was sie wollen. Das ist ja immer der Wille des Papstes. Weil über dem Willen des Papstes steht nichts. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo eben hier eben auch römisch-kanonisches Recht anders ist als das Kirchenrecht, sage ich jetzt mal eben so, als das Recht, was von Gott gegeben ist. Gottes Hierarchie ist ja ganz einfach. Wir sind alle Brüder und Schwestern und oben steht nur Jesus Christus. Er ist das Oberhaupt der Kirche und nicht der Papst. Aber der nennt sich ja Jesus Christus. Und darüber geht er im Grunde auch dieser ganze Streit und die ganze Erklärung, die Luther hier abgibt. Ich hoffe, dass das bis hierhin soweit klar ist. Weil leicht ist das Buch sicher nicht. Es ist keine leichte Kost. Aber ich kann euch versichern, je weiter wir reinkommen, desto interessanter wird es. Ich fahre mal fort jetzt. Denn die Historien sagen von dem einen Papst Johannes, da er sich in Deutschland begeben hatte, dafür man zu und examiniert sein Leben und Regiment. Vorhin türste niemand wider ihn als einen Papst Mucken und fand sich, dass bei 40 Artikel über ihn beweiset worden, alle des Todes würdig. Da entrang er heimlich und wollte wieder gehen Rom. Aber Kaiser Sigmund ergriff ihn unterwegen und ward dem Pfalzgrafen befohlen. Als man ihm nur die Artikel fürhielt, antwortet er auf wenn befohlen. Als man ihm nur die Artikel fürhielt, schon antwortet er auf einen jeglichen Also. Zitat Es verwundert solche Antwort die Gesandten, weil unter anderen Artikeln stund. Er hatte seinen Vater erwürget. Er hätte Zauberei, Simonie und viel schändlicher Laster getrieben. Wie kündet er doch Ärges getan haben? Gab er diese Antwort. Das Ärgerste wäre, das er getan hätte, er hätte sich bereden lassen, von Rom über das Welsche Gebirge in Deutschland zu kommen. Hiermit meinet er, wo er zu Rom blieben wäre und das Babstum behalten, wollt er wohl solcher Anklage frei und der Allerheiligste Vater Papst geblieben sein, wenn er noch tausendmal mehr Übels getan hätte. Hieraus sind die Päpste klug wochen und hütten sich auf Höst, dass sie ja nicht solche große Torheit und Sünde begehen und über das Gebirge sich in Deutschland begeben, wie derselbige Papst Johannes getan hat. Und wer will sie das verdenken? Sie tun's für große Liebe und Sorge für die arme Christenheit, dass sie das Papsttum so liebhaben und ungern verlassen, denn das Papsttum ist das Häupt der ganzen Christenheit und Herr der ganzen Welt, dazu eine irdische Gottheit, die Christus Stadthalter auf Erden macht, dass er alle Seelen leere und selig mache. Das andere verstehst du wohl, wenn du nur denkst, ja, Teufel und helles Feuer. Demnach siehe mir nur an die Schrift dieses Leckerlins Paul Terzi. Da er zum Kaiser schreibt, willst du ein Konzilium haben? Wir wollen's geben. Will du es in Germania haben? Siehe, wir wollen's wagen und auch tun. Doch also, das sei ein frei und christlich Konzilium und in welchem den Ketzern kein Stadt gegeben werde, als die kein Teil mit der Kirchen haben können. Auch dass du Arma Iubas Deponi, das ist, gute Sicherung und Frieden schaffest, sollt auch wissen, dass dir nicht zustehe, zu urteilen, welche zum Konzilium zu ordnen sind, sondern es gebührt unser Oberkeit. Da hast du nur, was der Papst und die heiligen Bubenschule zu Rom für eine Sprache hat, und wie er die drei Worte frei, christlich, deutsch, uns lehrt zu verstehen, nämlich, dass er wolle ein Konzilium geben, welches er gewiss sei, dass es nimmermehr könne gehalten werden. Denn er weiß und fühlet wohl, dass ihm und seiner verzweifelten Bubenschule viel ärger gehen würde im Konzilio, weder es zu Kosnitz, dem Papst Johann gegangen ist. Die Fürsten und Stände des Reichs haben durch den Kaiser diese 24 Jahre erbeten, um ein frei, christlich, deutsch, Konzilium einfältiger Meinung, nach gemeinem Verstand solcher Wort, und alle sophistrei, nämlich frei heißt in deutscher Sprache und liberum in lateinischer Sprache, dass im Konzilio die Zungen und Ohren frei sein sollen, dass ein jedermann sonderlich die verordent werden zu reden, hören und handeln, allerseits frei mögen sagen, klagen und antworten, was zu Sachen dienet, die Kirchen zu bessern, Ärgerlis und Missbräuch auszureuten. So haben's gemeint und meinen's noch die Deutschen und Stände des Reichs, in Sonderheit aber und für allen Dingen, dass Gottes Wort oder die Heilige Schrift frei und unverbunden, wie es doch sein muss, ihren Gang und Recht habe. Nach welcher man alles richten und urteilen solle. Derhalben auch gute Theologen da sein müssen, die der Schrift Verstand und Erfahrung haben. Das heißt frei, da das Konzilium frei und die Schrift, das ist der Heilige Geist, frei sind. Aber die römische Bubenschule und der Schulenmeister verkehret und fälschet das Wort, also das frei soll so viel heißen, dass er und seine Bubenschule frei sein, er, der Papst und seine Bubenschule frei sein, nichts, wie der sie geredet, geändert, noch fürgenommen werde, sondern alles und alles, wie sie jetzt Leben und Wesen bestätigt werde. Dass also nicht das Konzilium wieder den Papst, sondern der Papst wieder das Konzilium frei sei. Das ist die alte Geige des Papsts in all seinen Dekreten und Dekretalen, nämlich er soll Herr und Richter sein über das Konzilium und nicht das Konzilium über den Papst, damit der Papst Macht habe, zu verdammen, zu reißen und zu nichtigen, ob etwas vom Konzilio wieder ihn beschlossen würde. Ja, ehe sie etwas fürnehmen und schließen, zuvor seine Gnade fragen müssten, ob es ihm so gefallen wolle, auf das ein Konzilium nichts anderes sei, denn ein Jaherr, der im Rat obenan zunächst bei dem Handfass an der Tür sitze und zuhöre, was die Gnade Junker über dem hohen Tische gebieten. Das heißt der Papst ein Freikonzilium. Mit anderen Worten, nur das bedeutet für den Papst ein freies Konzil. Das ist die Sprache des Stuhls zu Rom. Wenn er ein Freikonzilium gibt, dass du ihn Furt auch römisch verstehen könntest. Wenn sie frei sagen, dass es Gefangen heiße bei uns Deutschen. Wenn sie weiß sagen, dass du schwarz verstehen müsstest. Wenn sie christliche Kirche sagen, dass du die Grundsuppe aller Buben zu Rom verstehst. Wenn sie den Kaiser einen Sohn der Kirchen nennen, dass es also viel sei, als der verfluchtest Mann auf Erden, welchen sie wollten, dass er in der Helle wäre, und sie hätten das Reich. Wenn sie Deutschland die tödliche Nation, die löbliche Nation nennen, dass es heiße, die Bestien und Barbarie, die nicht wert sind, des Papsts Mist zu fressen, wie der Wal Kampanos, als man sagt Tät, da er in Deutschland gewesen, nicht mit seinem Schaden und an die Grenze des welchen Landes wieder heimkam, dem Rücken gegen Deutschland kehrte, bückete sich und deckete den Hintern auf und sprach, siehe da, du Bestie, küsse mir den Arsch. So deutlich hat Luther gesprochen. Und ich gehe nochmal eben zurück in den letzten Absatz auf Seite 7 hier. Das ist die Sprache des Stuhls zu Rom. Wenn er ein Freikonzilium gibt, dass du ihn in Furt auch römisch verstehen könntest. Also mit anderen Worten, die Sprache des Konziliums ist römisch, also lateinisch und nicht deutsch. Das ist die Freiheit von Rom. Wenn sie frei sagen, das ist Gefangenheiße bei uns Deutschen. Wenn sie weiß sagen, dass du schwarz verstehen müsstest, das kennt ihr noch von meinen Videos über den Eid der Jesuiten. Wo im Eid der Jesuiten ganz deutlich drin steht, dass wenn der General der Jesuiten sagt, schwarz ist weiß und weiß ist schwarz, dass es für den Jesuiten so ist. Das ist genau das, was Luther hier anholt. Er schreibt in 1545, wenn sie weiß sagen, dass du schwarz verstehen müsstest. Wenn sie christliche Kirche sagen, dass du die Grundsuppe aller Buben zu Rom verstehst, also den Sumpf in Rom. Das meinen sie mit christlicher Kirche. Und zum Schluss nochmal diesen Satz, den ich gerade eben vorgelesen habe, er steht davor auch in Latein, Aspice nuaderas barbara terra natis. Gehen wir da nochmal eben drauf zurück. Dass es hier heißt, wie der Wahlkampagne oder als man sagt, da er in Deutschland gewesen nicht mit seinem Schaden und an die Grenze des welchen Landes wieder heim kam, den Rücken gegen Deutschland kehrt, bückt sich und decket den Hintern auf und sprach, siehe da, du Bestia, küsse mir den Arsch oder kücke mir in den Arsch, also schau mir in den Hintern, schau mir in den Arsch, so sagt Lothar das hier, siehe da, du Bestie, guck mir in den Arsch. Also das Wörtlein christlich meinen die Fürsten und Stände des Reichs einfältiges aufrichtiges Gemüts ein Konzilium, da man von christlichen Sachen und auch durch christliche Leute nach der Schrift handeln sollt. Denn sie gar wohl gewusst, was der Papst im geistlichen Recht von Gürteln, Röcken, Schuhen, Kaseln, Platten, Kirchweihen, Fladenweihen, von Pfründen, Prelaturen, Pallien, Dignitäten und des Narrenwerks unzählig gehandelt hatte. Sondern, weil jetzt auf der Bahn werden erregt, große, wichtige Sachen und Disputationen vom Ablass, Fegefeuer, Messen, Abgötterei, Glauben und guten Werken und dergleichen, dass man solche Sachen christlich und nach der Heiligen Schrift nicht bäbstlich möchte verrichten und dem armen, einfältigen Mann helfen, dass er auch wusste, wo er wäre und endlich mit seinen Seelen bleiben sollt. Ja, das heißt auf Deutsch, Lateinisch, Griechisch und in allen Sprachen Christlich Konzilium. Solchs roch der Papst mit seiner hellischen Grundsuppe sehr wohl und hatte den Schnuppen nicht. Aber er nahm diese Wurzel und macht ihm den Schnuppen. Verkehret dis Wort christlich also. Wie verkehrt er das Wort christlich? Christlich heiße nichts mehr, denn bäbstlich und was seine Hellischheit samt seiner Bubenschule, vergebe mir's Gott, ich hätte schier gesagt samt seiner heiligen Kirchen zu Rom urteilt und schleust. Was aber da wieder fürgenommen würde, solle unchristlich und ketzerisch sein, nämlich, wo das Konzilium wollte schließen, man sollte beider Gestalt des Sakraments freilassen, wie es die Ketzer wollen haben. Das soll durchs Konzilium aus Befehl seines oberen Herren des Papstes verdammt sein. Und die, so solchs für hätten im Konzilio zu erregen, sollten als Ketzer nicht zugelassen werden, wie der hellische Vater dem Kaiser schreibt. Die Ketzer sollen nicht Raum im Konzilio, noch Teil mit der heiligen Kirchen haben. Und ob die Ketzer den Kaiser wollten fürhalten, solchen Artikel hätte Gott der Vater durch seinen lieben Sohn selbst eingesetzt und aller und aller Welt befohlen, man solle den Sohn hören, wie wir lesen, in Lukas 3, und der Heilige Geist hätte es hernach so gehalten, wie wir in Lukas 3, Vers 22 nachlesen können, der ganzen Christenheit bis in 1400 Jahren, da der Papst solches Verbot und noch der mehrer Teil der Christenheit so unter dem Papst nicht ist, solchen Artikel hält und halten wird bis an der Welt Ende. Solches alles unangesehen und ungeacht soll der Kaiser alle Ketzer so solches mit Gott dem Vater Sohn Heiligen Geist und der Christenheit in aller Welt halten, verbrennen, töten oder verjagen und die in Indien, Persien und im ganzen Orient aus der Ursachen Gott der Vater Sohn Heiliger Geist samt seiner Heiligen Kirchen sind Ketzer und Unchristen allein der Papst und seine römische Bubenschule sind Christen Nochmal Gott der Vater Sohn Heiliger Geist samt seiner Heiligen Kirchen sind Ketzer und Unchristen allein der Papst und seine römische Bubenschule sind Christen Nun ist es ja viel besser, dass Gott der Vater Sohn und Heiliger Geist Samt seiner Heiligen Kirchen im Konzilio als die schändlichsten Ketzer verdammt werden, denn dass der hellische Vater Papst und seine Hermaphroditen sollen Unchristen heißen. Hier wird Martin Luther schon sehr sehr deutlich, was er von dem Papst hält und er spricht aus, was im Grunde die ganze Menschheit denkt, sofern es die Bibel gelesen hat, aber halt nichts dran tut. Gott der Vater Sohn Heiliger Geist samt seiner Heiligen Kirchen sind Ketzer und Unchristen aus Sicht des Papstes allein der Papst und seine römische Bubenschule sind Christen. Nun ist es ja viel besser, dass Gott der Vater Sohn Heiliger Geist samt seiner Heiligen Kirchen im Konzilio als die schändlichsten Ketzer verdammt werden, denn dass der hellische Vater Papst und seine Hermaphroditen sollen Unchristen heißen. Seine Hermaphroditen sind eben Zweigeschlechtliche Zwitter oder eben auch Sodomiten könnte man auch dafür sagen. Das ist halt eine altdeutsche Ausdrucksweise dafür. Hermaphroditen Solcher unchristlichen ketzerischen Artikel sind noch viel mehr die Gott der Vater Sohn und Heiliger Geist in seiner heiligen Kirchen lehret und hält als dass kein Fegefeuer sei, da der hellische Vater zu Rom ein Jahrmarkt aus errichtet hat und unzählig Geld und Gut damit geraubt. Item dass Ablass ein lauter Bescheißerei sei, damit der hellische Vater alle Welt generrt und ums Geld betrogen hat. Item dass die Messe ein Opfer sei für die Lebendigen und die Toten. Item dass der Ehestand frei sei und des Dinges viel mehr, da jetzt päbstliche Heiligkeit aufsteht. Ich will schweigen von Simonie und Geiz. Also Simonie so wie Luther schreibt Ich habe das Wort natürlich erklärt in meiner Lesung über die Geschichte der Inquisition im Mittelalter aber das heißt ja noch nicht veröffentlicht Simonie ist ein Ausdruck der gebraucht wird für den Ablasshandel und auch für den Kauf von kirchlichen Ämtern. Wenn man sich ein kirchliches Amt erkauft dann nennt man das Simonie und das hat seinen Ursprung in Simon das lesen wir in der Apostelgeschichte im achten Kapitel und das passt jetzt nicht hierher dass ich das erkläre also das könnt ihr bitte selbst lesen Apostelgeschichte achtes Kapitel ab Vers 18 ungefähr da geht es um Simon Simon den Zauberer das ist eigentlich der Simon oder der Petrus Peter auf den Rom seine Kirche aufbaut aber das ist eine in der Apostelgeschichte 8 18 vermeldet wird baut sich das Wort Simon auf das eben das kaufen von kirchlichen ämtern oder eben auch das kaufen von ablässen das freikaufen von Sünde benennt also Luther sagt hier ich will schweigen von Simon und Geiz pfründen mag Pedasterie also Pedasterie Sodomie und was mehr der heilige Stuhl zu Rom in seinem allerheiligsten Leben treibt und große Lust drinnen hat welch alles der heilige Geist der unchristliche Ketzer mit seiner Kirchen aufs höchst verdammt und nicht hören nennen mag hieraus folget dass Gott sonderlich der heilige Geist der doch gerühmet wird dass durch ihn die Konzilia versammelt werden und alles durch ihn darin gehandelt und beschlossen wird ins Konzilium zutrennt nicht kommen kann noch in kein bäbstlich Konzilium und muss wohl draußen bleiben Ursache die heilige Jungfrau Sankt Paula Terzius also Paul der dritte schreibt dem Kaiser Karolo Karl dem fünften es sollen die Ketzer nicht Raum noch Stadt in seinem heiligen freien christlichen Konzilio haben nun ist jetzt angezeigt dass Gott der heilige Geist ein gräulicher Erzketzer sei mit Gott dem Vater und Sohn drum das Erz zuwider der bäbstlichen und römischen Heiligkeit hat in seiner Kirchen gestiftet und eingesetzt auch noch heutiges Tags in aller Welt hält und lehret sein ganz heiliges Sakrament beider Gestalt also hier geht es um das Abendmahl mit Brot und Wein und verdammt diejenigen so solches nach der Weise nicht halten noch brauchen müssen wir eben verstehen dass in der römisch-katholischen Messe das ursprüngliche Abendmahl als Eucharistie gefeiert wird und durch das Dogma der Transubstantiation eben in der römisch-katholischen Kirche geglaubt und gelehrt und gelebt wird dass durch die Worte hoc est corpus ene meum die der Priester spricht das Stück Brot in den leiblichen Jesus Christus verwandelt wird also in Fleisch und Blut Körper und Seele Menschlichkeit und Geistlichkeit unseres Herrn Jesus Christus diese Verwandlung tatsächlich stattfindet das ist die Lehre der Transubstantiation und auf das spricht Martin Luther hier gerade an welches gehen wir nochmal eben zurück hier wo er das meint und heutiges Tags in aller Welt hält und lehret sein ganz heiliges Sakrament beider Gestalt da geht es drum um die Transubstantiation um das Abendmahl Brot und Wein und verdammt diejenigen solches nach der Weise nicht halten noch brauchen nach dem Motto und das ist einer der Beschlüsse des Konzils von Trient um das es hier ja geht im Konzil von Trient wird am Schluss bestimmt dass ein jeder der das Abendmahl nimmt aber dazu sagt wie Jesus Christus bestimmt hat dies tue in Erinnerung an mich also der nicht glaubt dass in dem Stück Brot in der Hustie wirklich der wirkliche Jesus ist und wieder geopfert wird da geht es ja drum die Messe ist ja ein Opfer dass jeder der das nicht glaubt Anatema ist verflucht ist exkommuniziert im Grunde ist und von daher vogelfrei ist ein Ketzer ist und wie wir wissen nach dem Direktorium Inquisitorum getötet werden darf und dass sogar noch eine löbliche Tat ist da geht es hier drum so seriös ist Martin Luther hier mit diesen Sachen die über die man leicht hinweg lesen kann also noch mal diesen einen Satz und auch heutiges in aller Welt hält und lehrert sein ganz heiliges Sakrament also die Eucharistie beider Gestalt Brot und Wein und verdammt diejenigen so solches nach der Weise nicht halten noch brauchen also wenn man es nicht nach der Weise von Rom nach der Lehre von Rom gebraucht das Abendmahl wenn man nicht akzeptiert dass in diesem Stück Brot Jesus Christus wirklich leiblich fleischlich das Fleisch das Blut die Seele und die der Körper die Geistlichkeit und die Körperlichkeit Jesus Christus ist wenn das nicht in diesem Brot ist wenn ich das nicht glaube dann bin ich eben nach der römischen Kirche verdammt ja noch mal zum besseren Verständnis ich möchte ja dass ihr das auch wirklich gut versteht was ich hier vorlese und zwar nicht nur wie ich es vorlese in dem Deutsch sondern dass ihr es auch wirklich euch verinnerlichen könnt was Martin Luther hier sagt in seinem in seinem in seinem Satz in seinem letzten Satz hier welches alles zugegen und wider ist dem hellischen Stuhl zu Rom der solch's mannigfältiglich durch seine Bullen als Ketzerei verdammt hat denn wie seine Schutzschreiber sagen die Schutzschreiber des Papstes von Rom sie sagen ist er auch über die Heilige Schrift und über Gottes Wort ein gewaltiger Herr das ist ja das wo wir mit der römisch-katholischen Kirche in Unzweiheit ganz deutlich gehen der Papst behauptet von sich selbst er steht über der Schrift und er steht sogar über Gottes Wort ja und der Papst hat das Recht die Schrift zu ändern er meint nicht nur dass er derjenige ist der die Schrift erklären kann deswegen darf ein normaler Mensch die Bibel nicht lesen weil ein normaler Mensch kann das gar nicht verstehen das stimmt diese ganzen neuen Bibeln die da raus kommen die kann kein Mensch mehr verstehen weil die machen alle keinen Sinn aber deswegen sagt die römische Hierarchie ja auch sie ist dafür da um den Leuten die Schrift zu erklären der normale Mensch darf die Bibel nicht lesen deswegen haben sie jahrhunderte immer vor den Menschen weggehalten auch heute noch will die römisch katholische Kirche nicht dass wir unsere Bibel lesen weil wir könnten ja zu dem Schluss kommen zu dem jeder andere gekommen ist der die Bibel mal gelesen hat ohne Vorurteile dass der Papst tatsächlich der Antichrist ist also ein ganz wichtiger kleiner Satz den wir hier nochmal lesen wie seine Schutzschreiber sagen ist er also der Papst auch über die Heilige Schrift und über Gottes Wort ein gewaltiger Herr und Richter worden der da ändern mag was Gott ordent und gebaut nur wäre noch wohl Rat und Hilfe vorhanden dass der Heilige Geist der arme Erzketzer möchte zu Gnaden kommen und in das heilig frei christlich Konzilium gelassen werden wenn er nicht zu halsstarrig wäre sich demütigen und für den heiligen Jungfrauen St. Paula Terzius Frau Bebsten auf die Knie fallen und die Füße küssen wollte seine Ketzerei allda bekennen bereuen und widerrufen Er kriegete gewisslich wohl ein Ablass Bullen und Geld und umsonst beide für sich und seine heilige Kirche aber der heilige Paulus Terzius ein großer Ketzer der alle Welt irre macht wie wir in Apostelgeschichte 17 lesen können wie die Jüden zu Thessalonika im elften Römer 29 über ihn schrien also da müssen wir erstmal sehen Apostelgeschichte 17 6 darauf wird hier verwiesen dann wollen wir eben schauen was in Apostelgeschichte 17 6 denn überhaupt gemeint ist dann holen wir uns das mal eben fort und da steht da sie aber sie nicht fanden schleiften sie den Jason und etliche Brüder vor die obersten der Stadt und schrien diese die den ganzen Weltkreis erregen sind auch herkommen da geht es also dann um die Christen die hier gekommen sind um nach dem Motto den Juden etwas zu lehren nämlich Jesus Christus zu lehren die hier ausgemacht werden der alle Welt irre macht wie die Juden zu Thessalonika im Römer 11 Vers 29 das ist hier angeholt durch Martin Luther und da steht Gottes Gaben und Berufung mögen ihn nicht geräuen in Römer 11 spricht Gottes Gaben und Berufung mögen ihn nicht geräuen das ist er ändert sie um niemals Willen derselbe Ketzer Paulus also Papst Paul der Dritte derselbe Ketzer Paulus macht den Heiligen Geist auch irre dass er unbusfertig bleiben muss und kann seiner Sünde und Ketzerei keine Gnade noch Ablass finden darum muss er schlecht außer dem heiligen freien christlichen Konzilio der heiligen Frau Bebstin Paula Terzius bleiben und mag sich dieweil Tücken und Bergen in seiner eigenen Ketzerischen Kirchen das in Paula Terzia nicht ergreife er musste sonst gewisslich als ein Erzketzer mit Feuer zu Aschen verbrannt werden St. Paula die heilige Jungfrau Papst wird wohl einen besseren und schönern und viel christlicheren freien heiligen Geist finden in seinem heiligen freien christlichen Konzilio also mit anderen Worten der wahre heilige Geist wird aus diesem Konzil gewährt weil der Papst lieber seinen eigenen heiligen Geist mit rein bringt in sein heiliges freies christliches Konzil wir lesen noch einen Absatz und der wird ganz zum Ende sehr wichtig da habe ich ein dickes Ausrufezeichen gesetzt das werdet ihr sehen wenn ich die Seite einblende in das Video und damit werden wir dann die erste Lesung in der unteren Teil auf Seite 10 des Buches für heute abschließen Mocht jemand hier denken ich büßete hiermit die Lust mit so spöttischen verdrießlichen stachlichen Worten an den Papst O Herr Gott den Papst zu spotten bin ich unmesslich zu geringe Er hat nü wohl über 600 Jahre die Welt gespottet und ihrem Verderben an Leib und Seel Gut und Ehre in die Faust gelacht Höret auch nicht auf kann auch nicht aufhören wie Sankt Petrus im 2. Petrus 2 ihn nennt Akat to Pauston Amartias Inkassiblem und wir lesen hierzu im 2. Petrus 2 Vers 14 ich erspare uns eben das Lateinische und werde eben den 2. Petrus Brief aufmachen und da lesen wir dann im 2. Kapitel Vers 14 haben Augen voll Ehebruchs lassen sich die Sünde nicht wehren locken an sich die leichtfertigen Seelen haben ein Herz durchtrieben mit Geiz verfluchte Leute Kein Mensch kann es glauben welch ein Gräuel das Babstum ist Ein Christ der muss auch nicht geringen Geistes sein der soll es erkennen Gott selbst muss ihn spotten in dem hellischen Feuer und unser Herr Christus wie St. Paulus in 2. Thessalonika Kapitel 2 sagt muss ihn töten und hier wird eine Verweisung gemacht in den 2. Brief der Thessalonika Kapitel 2 Vers 8 aber anstatt allein mal Vers 8 zu lesen werde ich da gleich eine etwas längere Stelle draus lesen deswegen habe ich hier das Ausrufezeichen gesetzt in dem Buch also wie St. Paulus in 2. Thessalonika 2 sagt muss ihn töten also 2. Thessalonika 2 Vers 8 mit dem Odem seines Mundes und durch seine herrliche Zukunft zerstören Auf was spricht er hier jetzt an da lesen wir eben mal die 2. Thessalonika und wir sagen wir lesen das eben 2. Thessalonika Kapitel 2 ab Vers 5 Gedenket ihr nicht daran sagt Paulus hier dass ich euch solches sagte da ich noch bei euch war und was es noch aufhält wisset ihr dass er offenbart werde zu seiner Zeit denn es reget sich schon bereits die Bosheit heimlich ohne dass der es jetzt aufhält muss hinweg getan werden und als dann wird der boshaftige offenbart werden welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes und er wird ein Ende machen durch die Erscheinung seiner Zukunft die Vers Nummerierung hier in der Lutherbibel ist anders als in der König James da geht es nämlich um 2. Thessaloniker 2.7 und das ist hier 2.6 und was es noch auffällt wisset ihr dass er offenbaren werde zu seiner Zeit einer der wichtigsten Sätze an denen man den Antichristen identifizieren kann denn in der Zeit wo Paulus das spricht und er sagt und was es noch auffällt wisst ihr dass er offenbaren werde zu seiner Zeit heißt im Englischen der der jetzt auffällt muss erst verschwinden denn es regelt sich schon die Bosheit ohne dass der jetzt auffällt muss hinweggetan werden der 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 Zeit regiert hat als Paulus dies sagt ist der römische Cäsar und damit ist jedem klar der die Bibel ein wenig verstehen möchte dass wenn die Cäsaren aus dem Weg geräumt sind dass dann der boshaftige offenbart wird der hier in 2. Thessaloniker 2 Vers 8 genannt wird dass dann der boshaftige offenbart wird welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes und wird sein ein Ende machen durch die Erscheinung seiner Zukunft das heißt bei der Wiederkunft Jesu Christi wie wir in Daniel im zweiten Kapitel lesen der Stein der nicht mit Händen aus dem ethnischen irdischen Königreiche zerstört das passiert bei der Wiederkunft Christi und das ist genau das was hier im 2. Thessaloniker 2 Vers 8 in der Luther Bibel von 1545 beschrieben ist dann wird der boshaftige offenbart werden das ist der Antichrist welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes und das ist das worüber wir hier gerade gelesen haben Martin Luther fährt fort ich spotte allein nach uns kommen wissen sollen was ich vom Papst dem verfluchten Antichrist gehalten habe und wer ein Christ sein will sich für solchen Gräuel lasse vermangen so warum habe ich da jetzt ein Ausrufezeichen dran gesetzt Martin Luther sagt ich spotte allein darum mit meinem schwachen spotten dass die so jetzt leben und nach uns kommen wissen sollen was ich vom Papst dem verfluchten Antichrist gehalten habe hier sagt Martin Luther das erste Mal in ganz deutlichen Worten dass der Papst der Antichrist ist und das Buch geht weiter darüber wir werden auch über die Konzilien natürlich noch weiterhin sprechen das ist nun mal ein sehr wichtiges Thema und man muss das Thema eben auch verstehen ich hoffe dass ihr der Lesung soweit habt folgen können und dass es euch Spaß gemacht hat nicht unbedingt sagen aber dass ihr was gelernt habt daraus und dass ihr auch was verstanden habt daraus worum es hier ging und mit dieser letzten Aussage von Martin Luther möchte ich mich heute verabschieden von der Lesung wo Martin Luther sagt was ich vom Papst dem verfluchten Antichrist gehalten habe löser There is no God. God tells us what to do. Some obey, some resist. The fool says in his heart that God does not exist. This is how the foolish justify the evil they have done. It takes a fool to say there is no God. Psalm 14, verse 1 The fool has said in his heart there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. The fool has said in his heart there is no God. There is none that doeth good. The fool has said in his heart There is no God. There is no God.